Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti in ungepflegter Version. Ich bin noch ein bisschen wild und mit meinem schönen Spider-Man-T-Shirt. Und heute geht es um das Thema 5 Gründe, warum ihr keine Erfolge mehr erzielt. Das ist der Unterschied zu einem Video, das vorangegangen ist, wo es darum geht, warum ihr keine Erfolge erzielt, heißt grundsätzlich keine. Und natürlich heißt das nicht immer, dass es nur diese 5 Gründe gibt oder dass es eindeutig die wichtigsten Gründe sind. Das sind die, die mir auf jeden Fall im Moment am schnellsten dazu einfallen und wo ich denke, das ist etwas, was die meisten zumindest schon mal ändern könnten. Und wenn sie das ändern, gehen sie bereits 70, 80 Prozent des Weges. Also an dieser Stelle, warum man an einem Plateau ist und keine Erfolge mehr erzielt. Platz 1, zu wenig Variation. Ihr habt viel zu wenig Variation in eurem Training. Das bedeutet, ihr trainiert immer das Gleiche, entweder immer nach dem gleichen Split-Plan und viele verwechseln, das merke ich jetzt in den Kommentaren auch oft, dass sie einfach einen Split-Plan zu oft wechseln, aber dabei könnten sie eigentlich den Split beibehalten und erstmal nur die Übungen durchwechseln. Das ist eigentlich das Erste. Man muss jetzt nicht alle 4 Wochen, 6 Wochen oder 8 Wochen von 3er auf 4er Split oder auf 2er. Das ist sogar eine so dramatische Änderung, dass sie meistens einige Wochen an Gewöhnung, wenn nicht sogar Monate braucht. Und dann wieder das umzuändern, ist eigentlich recht schwer. Also ihr solltet eigentlich den Split-Plan gar nicht so häufig wechseln. Ganz im Gegenteil, den kann man sogar, ob 8, ein ganzes Leben lang beibehalten. Was ist also die Variation? Ja, im äußersten Notfall, wenn ihr schon Jahre das Gleiche trainiert, kann man auch mal den Split wechseln und einfach mal gucken, wie man damit zurechtkommt. Von 3er auf 4er, von 4er auf 5er und so weiter. Ich würde nicht unbedingt downgraden, aber wer weiß, wer nicht dann doch zu den 10 Prozent gehört, die mit dem 2er-Split mehr Fortschritte machen, obwohl sie schon ein fortgeschrittener Bodybuilder sind. Gibt es selten bis gar nicht, aber es kann passieren. Aber Variation im Trainingsplan bedeutet, dass ich zumindest frühestens nach 4 Wochen, im Durchschnitt nach 6 bis 8 Wochen, aber sicherlich spätestens nach 3 bis 4 Monaten, außer ihr macht noch wirklich sensationelle Fortschritte und es macht einfach Spaß, einfach mal den Trainingsplan wechseln. Das hat den Sinn, Motivationsschub, ihr macht einfach mal was anderes, aber auch einen Schock für die Muskeln. Das heißt, Übungen werden durchgewechselt und zwar mal richtig. Also jetzt nicht einfach nur Rudern mit einem engen Griff, ersetzen am Kabel zu einem Ruder mit einem mittelbreiten Griff oder so etwas am Kabel. Das ist jetzt weniger eine Variation. Mal Übungen durchtauschen. Am Anfang habt ihr vielleicht eine Lattübung gehabt, jetzt macht ihr die erst an dritter Stelle oder so. Also wechselt einfach mal durch, seid da mal ein bisschen mutiger und macht das gerne mal ein wenig öfters. So kann es auch passieren, dass ihr im Laufe der Trainingserfahrung, die ihr habt und des Fortschritts über die Jahre, plötzlich neue Übungen entdeckt. So etwas kann passieren. Es gibt hier ein Video schon auf dem Kanal dazu, da findet ihr ein bisschen mehr zu diesem Thema. Aber es kann sein, dass ihr mit diesem neuen Körper, den ihr habt, ihr habt jetzt mehr Muskelmasse nach ein paar Jahren, er ist auch anders gebaut, ihr seid vielleicht weniger beweglich oder beweglicher. Es kann sich so viel mit eurem Körper tatsächlich ändern, dass plötzlich Übungen, die ihr früher gar nicht gut fand und kein gutes Gefühl habt, richtig gut werden. Das einfach mal wieder zu machen und mal wieder auszuprobieren und durchzurotieren, ist eine sehr wichtige Sache. Außerdem kann es auch sein, dass für manche Übungen einfach mehr Muskulatur vorhanden sein musste. Jetzt habt ihr mehr Muskeln oder mehr Kraft, jetzt könnt ihr die Übung machen. Viele, kleines Beispiel, machen das mit Klimmzügen. Klimmzüge sind am Anfang nicht möglich bei vielen, weil sie einfach nur drei, vier Wiederholungen schaffen. Hinterher haben die ein richtig gutes Gefühl und machen 15 Wiederholungen damit. Also auch mal wieder Klimmzüge ausprobieren. Ein besseres Körpergefühl führt auch dazu, dass ihr einfach die Übungen besser macht und den Ziehmuskel damit besser erreicht. Vielleicht konntet ihr vorher mit einer bestimmten Bankdrückvariante gar nichts anfangen. Jetzt habt ihr aber nach fünf Jahren des Trainings so ein gutes Muskelgefühl, dass ihr das wiederum meistern könnt. Und viele bleiben einfach beim Alten, weil sie darauf schwören und weil sie sich nichts Neues anreden lassen. Also auch da, ändert es mal einfach. Das ist auf jeden Fall einer der dichtigen Punkte, wo ihr sicherlich mal eine Stagnation überwinden könnt. Platz zwei, und das trägt sicherlich wieder zur Verwirrung bei, ihr habt zu viel Variation da drin. Es gibt Leute, die kommen ins Studio, haben gar keinen festen Plan und trainieren einfach das, was gerade frei ist. Immer wieder spontan neue Rückenübungen oder einfach drauf los. Auch das kann dazu führen, dass ihr einfach keine Fortschritte mehr macht. Denn es gibt verschiedene Gründe, warum eine gewisse Konstanz gar nicht mal so schlecht ist. Zum einen könnt ihr wesentlich besser euer Training tracken und das wiederum hat einen psychologischen Effekt. Motivation, wenn ihr genau wisst, heute eine Wiederholung mehr. Auch dazu gibt es schon Videos auf dem Kanal. Aber es hat auch einen physischen Aspekt. Viele Hilfsmuskeln werden erst bei bestimmten Übungen aktiviert und bei anderen komplett ignoriert und außer Acht gelassen. Vor allem, wenn man von freien Gewichten auf Maschinen übergeht und umgekehrt. Alleine das sorgt dafür, dass diese Hilfsmuskeln vielleicht wieder aktiviert werden, länger nicht aktiviert werden, gar nicht sich richtig aufbauen können. Und dadurch kommt ihr natürlich auch zu einer gewissen Stagnierung. Gerade die Hilfsmuskeln können dazu führen, dass ihr wiederum auch andere Übungen besser ausführen könnt. Außerdem befindet sich der Muskel auch im Dauerschockzustand. Ihr erinnert euch, ich habe gerade gesagt, mal zwischendurch den Muskel schocken ist gut, aber immer den Muskel schocken, dass er sich immer wieder an was Neues gewöhnen muss, dann versucht er sich eher an das Neue zu gewöhnen, statt mal irgendwas adaptieren zu können. Und das ist dann natürlich gar nicht möglich. Das heißt, eine gewisse Konstanz, einfach mal vier, sechs, acht Wochen, vielleicht sogar drei Monate, die gleichen Übungen durchzuziehen und da einfach das Gewicht zu steigern, ist eine wichtige Sache, die euch weiterbringt. Und das betrifft ganz viele von euch da draußen, wenn ich so manche Kommentare lese. Viele befinden sich in einer Dauerdiät. Platz drei, ihr esst einfach nicht genug, um auf ein nächstes Level zu kommen. Euer Körper bringt euch regelmäßig an Plateaus und an Schranken heran, wo er sagt, mit dem jetzigen Kalorien, mit der jetzigen Ernährung, mit dem jetzigen Training ist das das Maximum, was ich rausholen kann. Also müsst ihr irgendwas davon durchbrechen und überwinden. Wenn ihr überhaupt weiterkommen wollt, wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann seid ihr ja auch im falschen Video. Aber wenn ihr weiterkommen wollt, aber es einfach nicht schafft, dann ist die Ernährung einer der Punkte, wo ihr ansetzen könnt. Und dieses Gerücht von Lean Body Mass, also quasi Muskeln aufbauen, ohne dass man Fett aufbaut, nun ja, das ist höchstens in den Anfängermonaten möglich, aber ansonsten eigentlich nicht. Denn ihr braucht einen gewissen Überschuss, um sicher zu gehen, Muskeln aufzubauen. Und könnt diesen hoffentlich nur minimalen Überschuss immer wieder durch eure Körperaktivität abtrainieren. Das heißt, im Endeffekt ist es das Gleiche. Das, was ihr meint. Ihr baut fettfreie Muskelmasse auf, weil ihr das verbraucht. Aber ihr haltet euch nicht im Kaloriendefizit. Ihr verwechselt oft, dass die Lehre ja durchaus richtig ist, wenn man abnehmen möchte oder wenn man niedrigen Fettgehalt haben möchte, dann geht das hauptsächlich über die Diät und nicht über die Steigerung von Körperaktivitäten. Aber das gilt eben nicht, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Denn dazu braucht ihr den Überschuss und den könnt ihr wieder abtrainieren. Also, ganz wichtig, ihr braucht genug Kalorien oder ihr müsst auch mal die Proteine erhöhen. Wenn ihr immer nur die Proteine zu euch nehmt, die ihr zu euch genommen habt, als ihr 60 Kilo gewogen habt, jetzt aber 90 Kilo aus Muskeln besteht, dann braucht ihr auch davon mehr. So, und bevor Platz 4 kommt, einmal liken, wenn euch diese Art von Videos gefallen und wenn ihr wollt, dass ich davon noch gerne mehr mache, dann könnt ihr das jetzt schon mal tun, bevor ihr es später nämlich vergesst. Und natürlich könnt ihr auch den Kanal abonnieren, wenn euch diese Videos gefallen und ihr mehr davon sehen wollt. Auch das ist ein schönes Zeichen. Nun ja, Platz 4. Eure Motivation lässt nach. Oft merken wir das sogar nicht einmal. Klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber oft merken wir gar nicht, dass wir diesen Biss vielleicht verloren haben. Selbst ich, ja, der Guru hier, habe mal gemerkt, dass ich gar nicht mehr den Biss habe wie vorher. Dass ich gar nicht mehr so sehr zur letzten Wiederholung mich kämpfe. Denn irgendwann, nach Monaten oder Jahren, vor allem, wenn man keine Teilziele hat, kann das verloren gehen. Und das ist auch der Schlüssel eben bereits. Teilziele. Ihr müsst euch kleine Teilziele setzen. Was immer sehr hilft, ist auf den Punkt hin zu arbeiten. Dann ist der schöne Strandurlaub oder bis dahin bin ich noch mal vor der Kamera oder dann kommt die große Hochzeit und ich muss in den Anzug reinpassen oder ich muss ihn sprengen oder was auch immer. Teilziele helfen euch enorm. Einfach nur zu trainieren, um immer massiger zu werden, jahrelang durchzuhalten, ist sauschwer. Selbst Profibodybuilder haben das. Wenn die auf einmal seit zwei Jahren trainieren und keinen Wettkampf haben oder so etwas, fällt es denen zunehmend schwer und die lassen echt nach. Zu wissen, ich habe in vier Monaten Wettkampf einen klaren Fokus und Ziel zu haben, hilft enorm. Und natürlich ist es auch wenig motivierend, wenn man einfach nur noch seinen Körper halten möchte. Auch da ist es natürlich schwer, einen Biss zu behalten. Aber wenn man den nur noch halten möchte und hält, dann hat man vielleicht sein Ziel auch erreicht. Aber zumindest wird man dann nicht mehr großartig Fortschritte erwarten können. So und zu guter Letzt, aber sicherlich ein wichtiger Tipp für die Übermotivierten da draußen. Wir wären hier nicht auf dem Kanal von Gotti und Gotti Fitness, wenn das nicht mindestens hier einmal ganz stark betont werden würde. Ihr trainiert zu viel. Euer Körper ist total überlastet. Ja, das ist löblich, dass ihr eine Motivation habt, die euch dazu antreibt, mehr zu trainieren. Aber ganz ehrlich, das Training selbst ist eigentlich der Spaßteil. Das ist so ein bisschen so, als würde man behaupten, man hätte Disziplin, weil man in seiner Freizeit ganz besonders viel Playstation spielt oder Basketball spielt. Das ist der Vergnügungsteil beim Bodybuilding. Disziplin ist es teilweise aber eher, das zu tun, was man nicht machen möchte. Die Ernährung einzuhalten oder den Schlaf einzuhalten, Ruhezeiten einzuhalten und ja, nicht zu trainieren, wenn man erkältet ist, krank ist, wenn man vielleicht nicht genug gegessen oder getrunken hat am Tag oder wenn man einfach erst davor schon trainiert hat. Also, das wird euch nicht weiterbringen. Viele von euch sind einfach überlastet, zum einen, weil sie auf den Quatsch hören, dass man mehrmals die Woche den Muskel trainieren muss und dadurch weiterkommt. Jeder, der gewisses Gewicht überschritten hat, der wird merken und wissen, bis dahin bereits, das ist gar nicht möglich. Das ist möglich, wenn man dünn bleiben möchte und fit oder so etwas. Aber ansonsten macht man das einfach nicht. Heißt, kommt davon runter und versucht, Pausenzeiten einzuhalten. Denn umso mehr Muskelmasse ihr habt, desto mehr braucht ihr Erholung. Ihr seid auch nur ein Mensch. Das wird dadurch nicht unbedingt besser. Außer ihr nehmt irgendwelche erweiternden Medikamente, die dafür sorgen, dass ihr euch schnell erholt. Aber wenn das nicht der Fall ist, tja, dann braucht ihr die Ruhe. Das ist auf jeden Fall eine der häufigsten Ursachen, die ich sehe, warum jemand einfach nicht weiterkommt und sich fragt, muss ich noch mehr machen? Muss ich die Brust ein viertes Mal die Woche trainieren? Weil ich schaffe es ja scheinbar nicht mehr. Tja, weniger ist da oft mehr. Und das werdet ihr merken. Dazu gibt es auch Videos auf diesem Kanal hier. Eins findet ihr da. Und naja, dann bleibt mir nur zu sagen, schaut euch mal die anderen Videos auf diesem Kanal an. Da werdet ihr noch eine ganze Menge mehr finden, als einfach nur diese Tipps hier. Es ist immer so ein bisschen schade, wenn man darauf reduziert wird. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass nicht jeder da erst mal 200 Videos gucken kann, bevor er sich eine Meinung zu meinen Inhalten hier bildet. Nun ja, trotzdem, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Abonniert den Kanal, dann werdet ihr auch mehr davon sehen. Schaut mal bei Protein Arena vorbei und spart euch ein bisschen was. Denn, da kriegt ihr euer Lieblingssupplements, nicht nur eine Marke, ganz viele Marken und spart auch noch was dabei. Das ist doch eine super Sache, oder? Und passend zum Thema, wer so ein bisschen mehr eintauchen möchte, wie man vielleicht sich mal, wie man ein Plateau überwindet, der findet das in diesem Video. Also schaltet direkt weiter und die Tipps gehen weiter. Habt ihr ein Plateau? Guckt mal hier vorbei. Und da sage ich auch noch eine ganze Menge dazu, wie ihr vielleicht einfach mal ein paar Tipps befolgt, um jetzt akut euer Plateau zu überwinden. Das war es von mir. Bis bald, euer Gotti.